was geht ab meine lieben freunde und herzlich willkommen world's finest gamer am start einen wunderschönen guten tag wünsche ich euch allen da draußen ich hoffe euch allen geht es richtig gut und ich hoffe ihr freut euch auf ein neues video ja freunde in diesem video werden wir uns mal gemeinsam das tunables update von gestern in gta online anschauen was es da so neues jetzt in gta online gibt beziehungsweise was da gestern neues erschienen ist unter anderem gibt es ein neues fahrzeug es gibt zwei geschenke von rockstar games und rockstar games hat eine neue event woche gestartet all das heute hier in diesem video freuen wenn euch das ganze gefällt zeigt es mir auf jeden fall jetzt schon einmal mit einem daumen nach oben teilt das video mit euren freunden da draußen damit die auch bescheid wissen wenn du mir noch nicht auf instagram folgt folgen auf instagram wfg unterstrich yt und da würde ich sagen starten wir jetzt direkt in das eigentliche video rein also let's go und da würde ich sagen beginnen wir jetzt erst einmal mit dem neuesten fahrzeug das rockstar games gestern in gta online veröffentlicht hat da hatte ich euch ja bereits am mittwoch mitgeteilt welches fahrzeug das sein wird und zwar ist es wirklich der d-class granger 3600 lx geworden diesen könnt ihr euch nun ab sofort auf south andreas super cars dot com für eine millionen 380.000 gta dollar kaufen außerdem verfügt der d-class granger 3600 lx noch über einen zweiten günstigeren preis über den einkaufspreis dieser beträgt eine millionen 35.000 gta dollar und diesen einkaufspreis schaltet ihr euch frei nachdem ihr fünf security missionen erfolgreich als host absolviert habt wenn ihr das ganze irgendwie mit einem kumpel spielt und er host ist zählt das ganze für euch nicht ihr müsst wirklich fünf security mission selbst als host absolvieren dann schaltet ihr den einkaufspreis für den d-class granger 3600 lx frei was ich an diesem fahrzeug persönlich gut finde ist dass das fahrzeug über einige tuning möglichkeiten im lsc verfügt unter anderem könnt ihr hier auch spezielle modifikationen drauf machen wie zum beispiel den lenkraketen stör sender den ihr euch dann in der agentur drauf machen könnt ihr könnt ihr euch nicht im lsc drauf machen sondern wirklich nur in der agentur und ansonsten ja das fahrzeug ist geschmackssache es handelt sich hierbei um einen suv insgesamt können wie gesagt er acht personen zeitgleich in dem fahrzeug transportiert werden ein fahrer drei beifahrer und außen an den seiten können sich auch noch mal vier personen dranhängen finde ich auf jeden fall cool allerdings finde ich der preis von einer millionen gta dollar ist für ein suv meiner meinung nach zu teuer aber wie gesagt muss jeder selber wissen wer sich das fahrzeug kostenlos per gift cards zu friends holt der macht sowieso alles richtig müssen wir denke ich mal nicht weiter darüber reden ich würde sagen wir machen jetzt weiter mit der neuesten event woche die rockstar games gestern in gta online gestartet hat ist eine event woche die gar nicht mal so schlecht ist und da würde ich sagen beginnen wir jetzt erst einmal mit den geldboni dies in dieser event woche gibt und da gibt es zunächst einmal dreifaches geld und dreifache rp auf den gegner modus jede kugel zählt und da zählen natürlich auch die maps in der raketen basis und im casino zu und zudem gibt es den gleichen bonus auch noch auf alle motorrad rennen wenn ihr diesen bonus in dieser woche ausnutzen wollt kann ich euch nur ans herz legen spielt den gegner modus jede kugel zählt denn da ist auch schon ohne diesen bonus der payout immer sehr sehr gut gewesen bei der payout bei dem motorrad rennen ist jetzt nicht wirklich gut gewesen und deshalb gehe ich davon aus dass man den dreifachen payout in dieser woche bei den motorrad rennen gar nicht bemerken wird aber beim gegner modus jede kugel zählt werdet ihr diesen bonus auf jeden fall merken und deshalb kann ich euch nur ans herz legen wenn ihr das ausnutzen wollt spielt lieber den gegner modus jede kugel zählt als motorrad rennen in dieser woche machen wir mal weiter und zwar gibt es noch doppeltes geld und doppelte rp auf die finale dray mission aus dem contract dlc diese nennt sich don't fuck with ray wenn ihr da wirklich das finale von dem contract dlc in dieser woche spielt erhaltet ihr dafür auf jeden fall auch doppeltes geld und doppelte rp außerdem gibt es noch doppeltes geld und doppelte rp auf alle mc club aufträge und zudem erhaltet ihr noch doppeltes geld und doppelte rp wenn ihr eure waren verkauft beziehungsweise euer weed und eure gefälschten dokumenten wenn ihr davon eben die waren dann verkauft erhaltet ihr ebenfalls in dieser woche auch doppeltes geld und doppelte rp also die geldboni in dieser woche die gehen definitiv fit die sind auf jeden fall vollkommen in ordnung wie gesagt ich lege euch da auf jeden fall den gegner modus ans herz wenn ihr richtig viel asche in gta online machen wollt machen weiter mit den rabatten die es in dieser woche gibt und da beginnen wir erst einmal mit den fahrzeug rabatten und zwar gibt es hier 60 prozent rabatt auf dem buccaneer custom und auf den voodoo custom diesen rabatt bekommt ihr wenn ihr den normalen buccaneer oder den normalen voodoo ins bennys fahrt und den dann eben zur custom variante aufrüstet da erhaltet ihr dann 60 prozent rabatt drauf weiter geht es dann mit 50 prozent rabatt auf die nagasaki strider und auf die vortex 40 prozent rabatt gibt es auf die hakushu drag und 30 prozent rabatt gibt es auf den jubilä der erst vor kurzem mit dem contract dlc neu in gta online erschienen ist weiter geht es dann noch mit 50 prozent rabatt auf die wheat farm und auf die dokumenten fälscherei passt ja da ist da ja auch aktuell diesen geld bonus drauf gibt wenn ihr da eure waren von verkauft finde ich auf jeden fall eine coole sache von rockstar games und ja dann gibt es noch 50 prozent rabatt auf turbo tuning im los santos custom und in allen tuning werkstätten die sonst so noch im spiel gibt wie zum beispiel motorrad clubhaus in der arena und so weiter und last but not least gibt zwar noch 40 prozent rabatt auf alle motorrad clubhäuser also die rabatte in dieser woche gehen auch vollkommen in ordnung ich kann euch ans herz legen wenn ihr noch kein motorrad clubhaus habt dann kauft euch auf jeden fall in dieser woche 40 prozent rabatt gehen da auf jeden fall voll fit ich würde sagen wir machen jetzt erst einmal weiter mit den beiden neuen kostenlosen fahrzeugen die ihr euch in dieser woche in gta online kostenlos freischalten können beginnen wir im casino da gibt es nämlich ein neues podiumsfahrzeug welches ihr am glücksrad im casino gewinnen könnt und dabei handelt es sich um den t20 also um einen supersportwagen den ich meiner meinung nach immer noch zu einem der besten supersportwagen in gta online zählen darf und ja würde ich euch auf jeden fall raten wenn ihr noch kein t20 habt dann geht auf jeden fall mal am glücksrad drehen und ja seht zu dass ihr euch dort t20 kostenlos sichern könnt außerdem gibt es auch neues preisfahrzeug im lsk mit und zwar den karim previon und diesen schaltet ihr euch kostenlos frei wenn ihr drei tage in folge unter die top 3 in lsk mit serien kommt dann bekommt ihr den karim previon kostenlos im lsk mit außerdem gibt es im lsk mit auch noch drei neue test strecken fahrzeuge die ihr in dieser woche da auf der teststrecke testen könnt und zwar ist das in dieser woche der fister growler der dinka jester rr und der anis euros so ich würde sagen wir machen jetzt erstmal weiter mit den beiden geschenken die ich ja vorhin schon angesprochen habe habe ja gesagt dass rockstar games und in dieser woche zwei geschenke schenkt und da gibt es zunächst einmal den weißen nagasaki hudi diesen seht ihr ja gerade hier schon im hintergrund und wenn ihr euch den jetzt in gta online freischalten wollt dann müsst ihr einfach nur mitarbeiter oder leibwächter in einer cio-organisation werden oder eben ein prospect in einem motorrad club also ihr dürft nicht selber davon der host sein beziehungsweise die organisation selber aufmachen sondern das muss halten anderer spieler aufmachen beziehungsweise freund von euch und ihr tretet dann einfach dieser organisation bei und dann schaltet ihr auch euch direkt schon den weißen nagasaki hudi frei ich kann heute gerne im stream mal das cio beziehungsweise motorrad club organisation aufmachen und ladet euch da alle ein dann kommt ihr da kurz rein und dann schaltet ihr euch auch direkt den weißen nagasaki hudi frei und das zweite geschenk was ihr in dieser woche von rockstar games bekommen könnt ist die lao santos kappe diese seht ihr ebenfalls gerade hier schon im hintergrund und was müsst ihr jetzt nun dafür machen um dieses geschenk entgegen zu nehmen ganz einfach ihr müsst einfach nur die finale dray mission aus dem contract dlc spielen die eben don't fuck with ray heißt wo es auch doppeltes geld und doppelte erp drauf gibt und dann erhaltet ihr die low santos kappe am 10 februar von rockstar games geschenkt also die kappe bekommt ihr nicht direkt die bekommt ihr dann am 10 februar und den weißen nagasaki hudi den bekommt ihr dann direkt nachdem ihr ja mitarbeiter oder prospect einer organisation in gta online geworden seid und ja das war im großen und ganzen auch schon die komplette event woche beziehungsweise das komplette tunables update welches gestern in gta online erschienen ist ich finde das update geht auf jeden fall fit die event woche ist gar nicht mal so schlecht und da können wir definitiv nicht drüber meckern so und dann wäre es das mit diesem video hier auch schon wieder gewesen freunde heute abend gibt es auf jeden fall den nächsten live stream würde ich mich freuen wenn ihr da auch wieder einschalten würdet und mit uns eine runde gta online zocken würdet man würde ich sagen wenn ich jetzt an dieser stelle raus wir hören uns dann heute abend im nächsten live stream wieder bis dahin macht's gut bleibt gesund haut rein las dem video noch einen daumen nach oben da wenn es euch gefallen hat und ciao und ciao und ciao